So. Satellit über Russland geht in Betrieb in einem Tag. Okay, ist es gut? Satellitenabdeckung nun verfügbar ist. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlub markiert. Okay, wir müssen nach Brasilien, Freunde. Brasilien. 200 Kröten gibt es da aufs Haus. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so schnell hinterherkommt. Ihr wisst Bescheid. Okay. Wir haben Yassi am Start. Wir geben mal alles ab. Pass auf, Yassi fehlt nämlich eine Kleinigkeit. Die hat keinen Scope oder sowas dabei. Sonst trifft die nämlich normalerweise auch immer ganz gut. Yassi kriegt einen Scope in die Hand. Ansonsten haben eigentlich alle irgendwas, oder? Du kannst nicht mehr nehmen, das passt. Ich würde ganz gern heute noch einen neuen einsetzen. Und zwar, wir werden folgendes machen. Wir nehmen... Wen nehmen wir raus? Wen nehmen wir raus? Ich würde gern einen austauschen. Äh, Eiglei bleibt auf jeden Fall drin. Der muss dabei sein. Der ist als Mech, äh, ist das jetzt, äh, quasi das ist der Dauerstellplatz hier. Ja? Aber einer von denen müsste rausgehen und müsste gegen jemand Neues ausgetauscht werden. Bloß, ich weiß nicht gerade im Moment, wen ich von den Ganzen entbehren könnte. Happy soll mal eine Pause bekommen. Ja, Happy war auch schon echt lang im Einsatz. Also muss man wirklich sagen, Happy macht schon echt einen ganz schön heftig langen Dienst. Freunde, um mitzumachen, müsst ihr einfach nur Ausrufezeichen zum Dienst eingeben. Ja? Und dann werdet ihr mit viel Glück und ein bisschen Zwergenliebe ins Team gevotet. Muss man mal gucken. Lass doch abstimmen. Das können wir eigentlich nicht machen. Das ist ein guter Plan. So, jetzt warte mal. Ich muss nämlich auch nochmal ganz kurz mein Board aktualisieren. Wer soll das Team verlassen? Eins ist Happy. Jetzt muss ich immer wieder gucken. Ja, warte mal. Wir haben Happy Noob Bengel. Bengel. Yassi und Zocko. Zocko. Alles klar. Freunde, ihr wisst Bescheid. Ungefähr eine Minute 20 geht das Ding. Start ist jetzt. Eins für Happy, zwei für Noob, drei für Bengel, vier für Yassi, fünf für Zocko-Holica. Genau so durchnummeriert. Ihr seht es nochmal eingeblendet. Wer soll das Team verlassen? Einer von denen muss gehen. Das heißt, ihr votet jetzt, wer gehen soll. Der mit den meisten Stimmen, der gehen soll, der geht auch. Viele wollen Happy gerade eine Pause gönnen. Der ist jetzt schon wirklich ganz viele, ganz, ganz viele Missionen mit am Start. Müssen wir mal gucken. Ja, jeder, es sind so, es sind ganz schön viele dabei. Yassi ist momentan noch mit null Stimmen dabei. Er hat noch, Yassi soll auf jeden Fall dabei bleiben. Das finden viele. Da, Happy geht freiwillig. In 26 Sekunden schon. So wie es aussieht. Okay, die letzten Sekunden laufen. Okay, Happy sagt, er geht freiwillig. Aber jetzt lassen wir es noch durchlaufen. Viele haben gesagt, ja, Happy muss mal eine Pause kriegen. Der war jetzt die ganze Zeit dabei. Machen wir auch. Happy ist raus. Für diesen Einsatz. Wendell. Zockholiker hat immer noch keinen Spitznamen bekommen. Und dann kommt jetzt ein neuer. Rekrute Jalloh. Ja, und Jalloh, wie gesagt, Ausruf wird sein zum Einsatz jetzt noch eingeben. Solange ich hier noch ein bisschen rumbastle. Und dem was gebe, dann könnt ihr vielleicht auch mit dabei sein. Der braucht auf jeden Fall ein Zielfernrohr. Sonst trifft er gar nichts. Heimaturlaub. Yay. So, Freunde. Der nächste ist am Start. Jetzt geht es um die Wurst. Und der nächste ist Master Brown. Ist am Start. Der ist aber gerade offline. Soll mir ihm den Namen trotzdem geben, auch wenn er gerade nicht zuschaut. Oder aber sagt ihr, ja, hat er verdient. Er ist gezogen worden. So oder so. Das liegt jetzt bei euch. Master Brown hat, ähm, ja, wurde, hat sich quasi eingetragen. War aber dann scheinbar nicht mehr da jetzt. Kommt auf an. Was sagt ihr? Eure Frage. Soll man nochmal neu auslosen, weil Master Brown gerade nicht am Start ist. Oder soll der den Namen kriegen, so oder so. Los ist los, ne? Eigentlich schon. Er soll den Namen bekommen. Das ist die Zwergarmy. Sehr nice, Freunde. Ja. Auch wenn viele mit Sicherheit gesagt hätten, ja, ich wäre selber ganz gerne dabei. Aber los ist los. Richtig cooler Zug von euch. So, Master Brown. Boah, episch. Episch. Boah. Hardcore. Hammerhard. Sehr nice. So, in dem Grün schaut er auch richtig fies aus, oder? So, in dem Grün. Geil, oder? Nimm ihn. Ja, nimm ihn. Der wird sich umschauen, wenn er wieder da ist. Plötzlich sieht er seinen Namen überall im Stream. Sehr geil. Ja, ein Grün finde ich, der macht ja gerade richtig Fashion-Eindruck. Mach braun. Was, braun? Und den braun. Schaut ein bisschen braun aus. Weiß schaut auch heftig aus. Musst du mal angucken. Das ist auch gut. Das ist so Oliv. Oliv schaut auch gut aus. Muss ich sagen. Boah, Alter. Das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Finde ich in schwarz. Schaut auch richtig gut aus. Aber wir haben hier gerade nicht mehr so viel Auswahl. Ne, das sah vorher ganz, ganz viel besser aus. Warte mal, in schwarz möchte ich die Nummer haben. So schaut er auch gut aus. Sieht Master Chief mäßig aus. In Oliven. Ja, in Oliven. In Oliven schaut er auch gut aus. Pink. Nein. Jetzt gerade nicht. Der schaut gut aus. Mach mal Master Chief draus. Master Brown. Master Chief passt irgendwie. Finde ich okay. Rauf geht's. In den Einsatz. Ja, das ist so wahrscheinlich... Oh, Handy runtergefallen. Scheiße. So. Aber in den Einsatz. Warte mal, ich muss mal kurz... Ah, Haare. Hier ist irgendwo das Ding. Ich wundere mich die ganze Zeit, die Mütze sitzt so scheiße. Ja. Also falsch rum auf. Auf geht's. Freunde, rein in die Bulletin. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Ab in den Einsatz. Yay. So, raus mit dem Master Chiefs. Allensamt. Central. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten ihre Befehle. Roger Big Sky. Die empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Was haben wir denn hier? Ja, was ist denn da? Ja, ist das Meld? Ja, das ist ja Meld. Ja, du bist ja ein feines Meld. Okay, Präzisionsschütze bleibt hier oben. Oh, yeah. Ich gebe Gas. Gib Gas. Bängel. So, Master Brown. Auch dir geben wir jetzt mal ein bisschen Feldposten. Für den Fall der Fälle. So, Yassi geht hier auch mal so ein bisschen nach vorne. Wir möchten da ein bisschen Panik vorne verbreiten. Eiglei. Mach das Ding hier vorne erstmal ein bisschen sauber. Ach. Nope. Nope. Großer Asi, ich wünsche dir was. Mach's gut, Kumpel. Schau mal auf die Uhr. Leider, ja. Ich weiß. Also, schon fast wieder rum, Freunde. Aber die Mission schaffen wir noch. Die machen wir noch. Versprochen ist versprochen, meine Freunde. So, die kommen jetzt sowieso. Vielleicht geht die Missione ratzfatz. Weißt du es? Kritischer Treffer. Wow, 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 wow. Bei Bängel. Aber Bängel kann sich heilen. Okay, wunderbar. Alle 87% Chance, aber der macht mir am meisten Sorgen. Dann geht der erstmal weg. Daneben. Okay, erstmal heilen. Erstmal wieder flott bekommen. Den hat er einfach gemacht. Das hat er einfach gemacht, das Ding. So, Asi trifft auch normalerweise. In dem Fall nicht. Zersägt. Zersägt. Und Soko Oliga macht das Ding, macht das Tübel komplett hier. Und gone. Wir machen folgendes. Nubi Nub bleibt hier oben in Position. Bängel. Geht hier rüber. Und bleibt hier auf jeden Fall auch in Position, falls da noch Überraschungen hinkommen. In drei Zügen. Bängel rückt einen vor und macht es dann fertig. So, und Yassi geht auch nach vorne. Yassi brauchen wir immer vorne. Die kann nach vorne am besten wirken. Und Soko Oliga macht hier auf jeden Fall auch noch mal Feldposten. Ich hätte ihn lieber... Ah, ich hätte ihn da brauchen können. Das wird jetzt sowieso gleich was werden. Gehe in Position. Wurde gesichert. So, checken wir mal auf Melt. Kurz ein Melt-Check. Okay, hier geht es nicht weiter. Vielleicht sehen wir irgendwo das Melt. Dann können wir da gleich hin steuern. Ist hier irgendwo das Melt drin? Da drin ist natürlich Katastrophe verteidigungsmäßig. Okay. Ich sehe das Melt nicht. Macht aber nichts. Master, wir schicken dich auch noch mal nach vorne. Auf die Distanz ist es mit den Zielen leichter. Befehl zum Vorrücken bestätigt. Gucken wir mal nach vorne. Aber er kann nicht reinschauen. Echt nicht? Zocko Oliga, dich zieh mal auch mal vor. Das habe ich leider gedacht. Niemand ist hier alleine. Okay, Nubi-Nubi kommt nach vorne. Den brauchen wir jetzt wahrscheinlich da, um reinzuleuchten. Bengel marschiert jetzt auch mal einen schnellen Sprint nach vorne. Master. Gucken wir mal. Einfach mal gucken. Fuck! Fuck, 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 fuck. Wir müssen ungefähr in der Mitte bleiben, damit wir alle beschützen können. Und die, das ist wirklich nicht so gut. Ich bin 2009. Ich bin 2013. Ich bin 2008. Vielen Dank.